hallo und herzlich willkommen bei pflanzkunde.tv heute wollen wir euch zeigen wie die federnelke katorii diatus schnell und einfach verpflanzt werden kann das ist eine winterharte pflanze wird mäßig gedüngt mäßig gießen wir haben schon die blumen erde etwas vorbereitet den topf das mag tritt dabei gartenhandschuhe sich nicht zu schmutzeln von pflanzenkunde.tv lieben das natürlich schnell und einfach ist die federnelke verpflanzt